Ich wollte hier anlegen, Mensch. Da ist ein Schiff. Quatsch, quatsch, quatsch. Okay. Ich will aber dennoch hin. Ich will den Hof nahe haben. Und so eine komische Heiltart hier anscheinend. Dann. Go, go, go. Oh, und die ersten Monster. Mal gucken, wie stark die sind. Wird er gut mit klarkommen oder nicht? Ich würde die am besten... Äh... Da sind zwei Teams immer mal so... Und würde ich sagen... Knack! Das war alles. Und mega Steckung. Aua! Okay, 40 halten sie aus. Na, schon bei... Okay, das sind wir deutlich drüber. Ja, bei dem brauchst du gar nicht angreifen, mein Freund. Echt ein Stand... Na, auch noch nicht mal Standortangriffe. Shit. Ist ja klar. Na gut. Die ziehen nicht so viel ab fünf. Na gut, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie es für... Bei ihr abziehen oder bei ihm? Das weiß ich noch nicht. Äh... Pasch. Da 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 da... Wie komme ich da am Schleszenenten zeh ich auf jeden Fall was. Boah, wo gehe ich denn lang? Keine Ahnung. Pilzmagier! Okay. richtigen Pippen. Ne Saw da oben auf jeden Fall! würde ich mal sagen, um die Pilze hinten kümmern, weil ich nicht weiß, was die haben. Zauber. Ich mach mal doch alle. Und er macht eine fixe Megastärkung. Damit es nicht so weh tut, ich weiß nicht, wie viel angreifen. Mit der Megastärkung haben wir nur noch vier Schaden. Okay, das geht auch noch. Okay, die haben irgendwas um 100, auf jeden Fall 100, genau, oder so. Das weiß ich nicht, ich hab jetzt auch nicht gesehen, wie viel die wirklich an Schaden oder was sie noch genau machen. Pilzmagier sind immer so eine kritische Sache. Okay, der ist down. Der ist gleich nächste Runde down. Okay, ein Schaden. Drei, okay, dann sind die gar nicht so stark, die Pilzdinger. Aber die können noch Magie machen, bestimmt, wie was. Aber das ist vielleicht in der nächsten Runde erst. In der Spalm befindet sich Wasserpästschirm, oder? Super. Ich geh einfach durch. Können sie bestimmt auch hier verirren. Komm, komm, das blaues Gebilde vor, ne? Giftzombie, ei, ei, ei. Ähm. Nehmen wir mal einfach die ganzen Flächendinger. Sense. Ach, kommt jetzt Einzellacht. Das ist so blöd. Zombies brennen ja immer ganz gut. Dann machen wir das so. Aua. Komm, ich mach mal fix die Megastärkung. Na bitte, keine vergiftet. Ei. Jessica ist vergiftet. Oh, wer hat denn noch mal Entgiftung? Ich glaube... Ne, er nicht. Oh, jetzt muss ich gleich nochmal komplett zurückgehen. Mach nochmal das. Dann gehen wir mal auf den Einzelnen. Mega Schwächung. Und Zauber. Der muss Entgiftung haben, oder nicht? Entgiftung. Jessica. Ist nicht mehr vergiftet. Und tot. Jetzt sind auch Dankeschön. Ah, hier sitzt nach dem Eingang aus. Zombies. Zombies. Ach komm, nicht mal einzeln. Hier komm, wir machen das. Keine Lust. Wir wollen die vier machen. tschüss er ist der pitstone jetzt alle drei kritten machen den nächstes mal das ist ganz gut als sind alle vergiftet ja genau danke ach komm ja stärker vergiftet sicherlich wo sind die nervig ja genau sind euch falsch danke super was sind die scheiße die dinge und lässt fallen eine reise gewandt ich habe keine reise gewandt mehr da ist ein eingang da ist es dunkel ich will da nicht hinterher ich will jetzt mal gucken ob hier irgendwas noch gibt da hast du ein gebäude okay tun egal haben wir noch besser in die medaille ich will hinterher kommen jetzt bin ich gehe aber ich gehe mal hinterher da was machen die denn hier okay cool Okay, Gott sei Dank. Wir haben schon Argonia. Das heißt, es ist gar nicht mal schlecht, dass wir schon mal da waren. Das heißt, haben wir den Teleporter hin. Dunkle Urin, das ist super. Argonia. Die Piratenbote ist schon wieder nach hinten gesetzt worden. Das heißt, es muss irgendwas zu tun haben. Das sehen wir bestimmt nachher. Habe ich Turbo angeschaltet? Ja. Okay. Ah, jetzt läuft er ein bisschen schneller. Schon gewundert. Die Wachen stehen immer noch davor. Können wir jetzt mit den quatschen? Ach, Mann. Müssen wir jetzt wieder schlafen gehen hier, oder was? Immer dieses unnötige Verbrauch hier von Punkten. Die Gaststätte war hier vorne, glaube ich, drin, oder? Ich hatte auf jeden Fall groß genug dafür zu sein, ja. In. Immer in. In night. Tag. Übernachten. Ja, geh mal her. Du, 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 du. Und zwar mal fix schauen. Was der Bauer von uns will jetzt. Wenn wir jetzt rein können. Ich sehe sie noch nicht da. 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 Nein. Und jetzt kommen aber. Ach, Maul. Ich muss ja genau mit dir stehen. Oh, ist das ein Krampf. Guten Tag.